Hallo und herzlich willkommen. In diesem Lernvideo beschäftigen wir uns mit der Berechnung des In- und des Umkreises von Dreiecken. Beginnen wir mit dem Inkreis. Der Inkreis eines Dreiecks ist ein Kreis, der alle Seiten des Dreiecks einmal von innen berührt. Die Seiten des Dreiecks sind in diesem Fall also Tangenten des Inkreises. Der Mittelpunkt des Inkreises ist der Schnittpunkt der Winkelhalbierenden. Um einen Inkreis konstruieren zu können, müssen wir also wissen, was Winkelhalbierende sind. Eine Winkelhalbierende ist eine Halbgrade, die im Scheitelpunkt eines Winkels entspringt und den Winkel in zwei gleich große Teile teilt. Da Dreiecke drei Winkel besitzen, können wir also insgesamt drei Winkelhalbierende einzeichnen. Um den Schnittpunkt der drei Winkelhalbierenden zu bestimmen, genügt es zwei der drei Halbgraden einzuzeichnen. Den Schnittpunkt der Winkelhalbierenden können wir nun einfach ablesen und erhalten somit den Mittelpunkt des Inkreises. Um den Inkreis zu zeichnen, fehlt uns nur noch der Radius. Dazu fällen wir ein Lot von einer Seite des Dreiecks, in diesem Fall die Seite C, durch den Mittelpunkt, den wir eben bestimmt haben. Der Abstand zwischen dem Lotfußpunkt L und dem Mittelpunkt M ist der Radius des Inkreises. Wir haben nun sowohl den Mittelpunkt als auch den Radius gegeben und können den Inkreis einzeichnen. Weiter geht's mit dem Umkreis eines Dreiecks. Der Umkreis eines Dreiecks geht durch alle drei Eckpunkte des Dreiecks. Sein Mittelpunkt ist der Schnittpunkt der Mittelsenkrechten. Um einen Umkreis konstruieren zu können, benötigen wir also die Mittelsenkrechten des Dreiecks. Ein Dreieck besitzt drei Mittelsenkrechten, die jeweils senkrecht auf den Seiten des Dreiecks stehen. Um die Mittelsenkrechten zu konstruieren, benötigst du einen Zirkel. Wenn du nicht mehr weißt, wie man eine Mittelsenkrechte einzeichnet, findest du im Text einen Link auf unserer Lernseite zu diesem Thema. Es genügt, zwei der drei Mittelsenkrechten einzuzeichnen, um den Schnittpunkt ablesen zu können. Der Schnittpunkt der Mittelsenkrechten entspricht dem Mittelpunkt des Umkreises und kann inner- oder außerhalb des Dreiecks liegen. Wie schon beim Innenkreis fehlt uns nun noch der Radius des Kreises. Glücklicherweise können wir diesen auch einfach ablesen. Der Radius des Umkreises ist der Abstand des Mittelpunktes zu den drei Eckpunkten. Wir zeichnen den Kreis also einfach durch einen der Eckpunkte des Dreiecks. Teste dein neu erlerntes Wissen noch mit unseren Übungsaufgaben. Dabei wünsche ich dir viel Erfolg!